Wir spielen noch ein Stück, das auch wieder von Vicente Amigo geschrieben wurde, und zwar Orobroi. Wir haben mit dem Komponisten ja auch das Konzert begonnen. Es ist auf unserer CD Duende zu hören. Und ich glaube, dass wir noch viel Spaß mit dem Trio haben werden in der nächsten Zeit. Und wir hoffen, dass wir wieder mal zurückkommen dürfen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.